ja vor einigen wochen haben wir hier auf meinem kanal darüber gesprochen was sich hinter qms vr verbirgt mit dem ag c3 und g3 hat jetzt bei den ag oly tvs die hdmi technik hdmi 2.1 a einzug gehalten und mit hdmi 2.1 a ist jetzt auch qms vr dazugekommen was qms vr genau ist das habe ich euch einen separaten video erklärt das verlinke ich euch mal oben in der infobox heute hier in diesem video schauen wir uns die technik mal an sich an im real life also quasi wir haben den ag c3 g3 hier stehen und ich habe mir das mal angeschaut ob es jetzt wirklich so viele vorteile bringt das habe ich für euch getestet und darum geht es heute hier in diesem video wenn euch das gefällt dann gibt dem video ein daumen nach oben lehnt euch zurück und ich lege los um qms vr zu nutzen benötigt ihr neben dem ag c3 und g3 ein entsprechendes eingabegerät den tv alleine zu kaufen reicht nicht aus um die technik zu nutzen eine xbox series x playstation 5 oder ein ultra d blu-ray player können dies jetzt nicht bieten obwohl die konsolen ja mit hdmi 2.1 eigentlich die basis dafür bieten ein software update wäre da denkbar ist aber aktuell nicht angekündigt und es gibt dazu keine informationen aber es gibt ein gerät auf dem markt welches dies unterstützt und das ist der aktuelle apple tv 4k welche hdmi 2.1 a bietet und somit auch quick media switching vr r ja und das ist quasi die basis die ihr benötigt mit einem hdmi 2.1 kabel natürlich um qms vr an einem ag c3 und g3 zu nutzen um dann dementsprechend bei streaming diensten zwischen dem bild wiederholen sequenzen schnell zu switchen wie das jetzt funktioniert und was sie einstellen müsst das zeige ich euch jetzt standardmäßig ist unter webdress beim ag c3 und g3 qms vr aktiviert aber bevor ihr euren api tv 4k in betrieb nehmt solltet ihr überprüfen ob diese option wirklich am start ist dazu geht unter webdress unter externe geräte hdmi einstellungen und überprüft dort ob qms vr aktiviert ist sollte es deaktiviert sein aktiviert er das jetzt an dieser stelle habt ihr das soweit gemacht könnt ihr jetzt zu euren api tv 4k wechseln und dort unter die option audio video gehen denn der api tv 4k kann nicht automatisch erkennen ob ein tv mit qms vr anliegt und umgekehrt dementsprechend solltet ihr jetzt unter audio video dort wo er den bildinhalt anpassen könnt beziehungsweise die bild wiederholen sequenz automatisch anpassen lassen könnt die option aktivieren denn es dort und unter diesen untermenü gibt es jetzt eine dritte option und das ist das quick media switching vr wenn ihr dies aktiviert ist es quasi schon einsatzbereit es kann durchaus sein dass euer ag olid dann unten auch einblendet qms vr das ist aber ein bisschen situationsabhängig das ist jetzt kein hundertprozentiger indikator um es zu überprüfen könnt ihr dann jetzt quasi in eure netflix app disney plus app oder paramount plus app gehen und dort ein film oder serie starten dann werdet ihr feststellen wenn die serie jetzt startet dass der inhalt relativ schnell startet aber achtung sollte es ein hd-inhalt sein kann es sein dass es immer noch so ein bisschen dauert da der fernseher vom sdr in den hd-bildmodus wechseln muss oder umgekehrt aber ihr solltet jetzt feststellen dass diese switchen wesentlich schneller funktioniert ich habe das jetzt hier getestet mit reinem sdr also mein lp tv 4k war standardmäßig auf sdr konfiguriert so wie es auch sein sollte und ich habe ein sdr inhalt gestartet da ist schon ziemlich deutlich zu sehen dass dieses switchen überhaupt nicht mehr quasi zu spüren ist also der fernseher switch sofort von 50 hertz standardmäßig eingestellt sein sollte auf 24 hertz herunter und wenn ich die serie wieder beendet habe switcher sofort wieder 50 hertz hoch ohne dass ich da groß was spüre und das ist ja das große besondere an qms vr das kann man hier relativ eindrucksvoll sehen wie gesagt sollte es dann hdr oder dolby vision inhalt sein da muss der fernseher natürlich moment schalten um dann entsprechend den hdr bildmodus oder dolby vision bildmodus zu starten ich habe qms vr jetzt ein wenig ausprobiert und habe festgestellt dass meine meinung die ich damals im tech wissen video hatte sich jetzt auch bestätigt hat und zwar das qms vr ein nettes quality of life update ist es ist technisch sicherlich eine sehr feine sache und es gehört auch irgendwie jetzt dazu dass dieses problem behoben wurde aber ich habe ich schon gut festgestellt dass es etwas ist was man jetzt nicht unbedingt benötigt vor allem beim lg3 welcher schon an sich sehr schnell in der performance ist welcher sehr schnell zwischen bildinhalten wechseln kann ist qms vr quasi nur so ein kleiner turbo boost wenn man so möchte aber gar nicht so einen großen unterschied macht vor allem wenn man dann zwischen sdr und hdr wechselt ist es durchaus eher zu vernachlässigen da qms vr jetzt nicht mehr groß greift da der fernseher durchaus seine zeit benötigt um hdr oder dolby vision zu aktivieren und natürlich bei streaming diensten ist es natürlich auch noch wichtig zu sagen dass die internetverbindung ja auch noch eine große rolle spielt da kann der fernseher noch mit qms vr so schnell switchen wenn die internetleitung nicht hinterher kommt und die serie nicht schnell genug startet hat der fernseher eigentlich auch genug zeit um zwischen 50 und 24 hertz und so weiter zu wechseln das heißt ihr braucht jetzt nicht unbedingt sagen oh gott mein fernseher hat jetzt kein qms vr das ist jetzt quasi käse nein das braucht ihr nicht sagen effektiv ist es so dass es wie gesagt ein nettes quality of life update ist aber es ist jetzt nicht das must have um jetzt ein ag c3 und g3 an dieser stelle zu kaufen ja und damit sind wir am ende dieses videos angekommen wenn euch dieses video gefallen hat dann gebt dem video gerne einen daumen nach oben wenn in zukunft solche spannenden videos wie dieses hier nicht verpassen wollt solltet ihr das kostenlose abonnieren meines kanals nicht vergessen sowie das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch jetzt eine schöne zeit und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut